Das Salzburger Nachtstudio. Im Grunde, ganz auf dem Grund des Lebens, das uns alle verführt, gibt es nur Absurdität. Nichts als Absurdität. Camus hat einmal formuliert auf die Frage, bei welcher Partei sind sie Mitglied. Gibt es eine Partei derer, die nicht sicher sind, Recht zu haben? Die wahren Künstler betrachten nichts mit Verachtung. Sie fühlen sich verpflichtet zu verstehen, nicht zu richten. Das Spannende an der Lehre von Camus ist für mich, dass man sie auch in einer weniger pathetischen Form lesen kann, als Camus das selber lieb gewesen wäre. Nämlich so, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Er war einer der Heroen der europäischen Nachkriegsmoderne. Albert Camus, geboren 1913 in der algerischen Stadt Oran, Schriftsteller und Philosoph, Resistanzaktivist und hohe Priester des Absurden, Antikommunist, Frauenheld und Linksradikaler, Gottesleugner, Revolutionskritiker und Künder der permanenten Revolte, kompromissloser Humanist und Hymniker des mittelmeerischen Lebensgefühls. Ich bin ja Jahrgang 1950, da hat sozusagen der intellektuell ambitionierte junge Mensch Camus-Bücher natürlich gelesen, im Gymnasium, siebte, achte und dann zu Beginn des Studiums. Peter Strasser, Philosoph an der Karl-Franzens-Universität Graz. Da hat man sich das gekauft, nicht? Das war damals hochaktuell, was weiß ich, der Mythos von Sisyphus. Und natürlich hat man den Fremden gelesen, man hat darin herumgeblättert und hat sich irgendwie gewissermaßen eine Art intellektuelle Gänsehaut geholt bei dieser Art von Prosa, denn die war zu meiner Zeit und an dem Ort, wo ich gelebt habe, also in einem Realgymnasium in Graz. Da war das etwas Außergewöhnliches, da steht dann plötzlich geschrieben, dass Gott tot ist. Also das hat ja auch schon Nietzsche zu wissen geglaubt und dann steht da, dass das Leben absurd ist und wir dachten immer, die wichtigste Frage der Philosophie dann in der achten, nicht in der achten Schulstufe sei es, dass man über das Schöne, Gute und Wahre Bescheid wüsste und da wird dann plötzlich von Camus gesagt, also die wichtigste Frage der Philosophie sei, warum man sich nicht selber umbringen solle. Eine Frage, die gerade sozusagen den heranwachsenden jungen Menschen, der da intellektuell angekränkelt ist, natürlich anspricht. Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Problem, den Selbstmord. Mit diesen berühmten Worten beginnt Camus' Schrift der Mythos des Sisyphos. Negativ hat man ja des Öfteren erklärt, er hätte eine Art Philosophie und eine Art auch von Belletristik für Gymnasiasten entworfen. Peter Kampitz, Philosoph an der Universität Wien. Ich würde das Urteil zurückweisen. Ich glaube, da ist mehr dahinter. Wenn natürlich auch mit diesem metaphysischen Hunger, mit diesem metaphysischen Verlangen, dass sich da ausdrückt, sicher einen Nerv getroffen hat, der vor allem für junge Menschen sehr empfindlich ist. Iris Radisch, Feuilleton-Chefin der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit, hat Albert Camus vergleichsweise spät als Erwachsene für sich entdeckt. Sie schätzt vor allem den Schriftsteller Camus, wie sie in ihrer bei Rowold erschienenen Camus-Biografie herausarbeitet. Also am Literaten Camus hat mich von Anfang an seine Radikalität gefangen genommen. Seine Sprache, die nie redundant ist, die nie eitel ist, die immer sozusagen mit voller Geschwindigkeit fährt, mit ganzer Leidenschaft und trotzdem nie überbordend ist. Also der Fremde, diese ganz nackte, fast kindliche Sprache, dann in diesen sehr lyrischen Essays über seine Heimat, Heimkehrnacht, die Passer und Hochzeit des Lichts. Da ist es emphatisch, da ist es eine große Feier des Mittelmeerischen, der Düfte, des Körpers. Diese Radikalität, die hat mich von Anfang an gefangen genommen. Es gilt, einfach zu sein, wahr, keine Literatur. Hat Camus einmal notiert. Es gilt, sich hinzunehmen und sich hinzugeben. Was immer die persönlichen Unzulänglichkeiten eines Schriftstellers sein mögen, der Adel unseres Berufs wird stets in zwei schwerzuhaltenden Verpflichtungen wurzeln. Der Weigerung, wieder besseres Wissen zu lügen und im Widerstand gegen die Unterdrückung. Albert Camus, von Jugend an politisch engagiert, ist in äußerster Armut aufgewachsen. Bei Mutter und Großmutter in einem Armenviertel in Algier, damals Hauptstadt der französischen Kolonie Algerien. Seine proletarische, man könnte auch sagen subproletarische Herkunft, hat Albert Camus bis in die Haarwurzelspitzen geprägt, wie Iris Radisch betont. Das ist seine Quelle, sein Ein und Alles. Er sagt das auch gleich auf der ersten Seite seiner berühmten Carnet, seiner Tagebücher, dass er aus dieser Armut kommt, dass er sie kennengelernt hat, dass er sie verlassen hat und eigentlich sein ganzes Leben eine lange Rückkehr in dieses Paradies der Armut. Ich nenne es anders, ich sage, es ist sein Ideal der Einfachheit. Das ist ja auch der Titel meiner Biografie. Das Ideal der Einfachheit, das hat er aus seiner Kindheit, das hat er aus diesen Verhältnissen, wo er lebte in Algier, in Belkur, in einer Wohnung damals ohne Licht, ohne fließendes Wasser, nur mit einem Gaskocher in der Küche. Für ihn war es aber das Erlebnis des Elementaren. Wie kann man Leben anspruchslos leben, aber sozusagen in einer elementaren Lebenswelt, die einen, und das ist natürlich schon seine Emphase, die einen ins Zentrum der Existenz führt, wo man wirklich sozusagen nackt mit den großen Fragen verbunden ist, selbstpersönlich verbunden ist und nicht die ganzen Übersetzungen der Kultur, der Philosophie, der Zivilisation braucht, um von existenziellen Wahrheiten sprechen zu können. Aber eines muss man dann auch hinzufügen. Kurt Salamun, Philosoph an der Universität Graz. In einer späteren Herausgabe seiner literarischen Werke schreibt er im Vorwort, das ist die Sammlung Licht und Schatten, heißt diese Sammlung. Und da schreibt er dann, dass er eigentlich keine Bitterkeit und kein Ressentiment aus seiner Kindheit, die er eben in dieser Armut verbracht hat, mitgebracht hat. Als Trost, hat er gesagt, oder gleichsam als Kompensation, war immer das Licht da. Also darum Licht und Schatten, der Titel dieser Schrift. Also Schatten war sozusagen das Negative, die Armut, die Behinderung und das Licht, nämlich die Klimasituation in Nordafrika, in Algerien. Also Licht, Blüten, Blumen, das Meer, die schönen Körper am Strand, also das findet sich alles wiedergegeben. Und er meint, dass er einen Vorzug gehabt hat, dass er in dieser Gegend seine Jugend verbringen hat dürfen. Es ist ein archaisches, fast möchte man sagen, ein vorzivilisatorisches Milieu, in dem Albert Camus aufwächst. Sein Vater ist wenige Wochen nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs an der Marne gefallen. Seine Mutter, eine Analphabetin, kann ihrem Sohn nicht viel Liebe mitgeben. Iris Radisch schreibt in ihrer Biografie. Catherine Camus hört schlecht und spricht kaum einen Satz. Sie verfügt über 400 Wörter, ist apathisch und zeigt keine Gefühle. Sie hat ihren Sohn nie liebkost, nie umarmt. Sie greift nicht ein, wenn ihre eigene Mutter ihn drakonisch bestraft. Ihr Leben verlief in wortloser Ergebenheit. Er hat immer gesagt, ihr Schweigen ist so viel mehr wert als alles, was ich je schreiben kann. Das war eine unglaubliche Hypothek, die diese Mutter ihm mitgegeben hat. Sie war fast eine Art Heilige für ihn. Gleichzeitig aber eine Frau, die ihm wenig Liebe mitgeben konnte, die nicht nur Analphabetin war, sondern offenbar auch autistische Züge hatte, die sich auch als er schwer krank war, nie um ihn kümmern konnte. Der also offenbar selbst jede Empathie, jede Lebenswärme gefehlt hat. Bis zum letzten Tag seines Lebens, schreibt Iris Radisch, wird Camus seine Mutter, eine fast stumme, seelisch gestörte Analphabetin, als Urbild heiliger Einfalt verehren. In ihr Schweigen hinein entwirft er sein Werk. Die Aufgabe des Schriftstellers lässt sich nicht von seinen schwierigen Pflichten trennen. Seiner Bestimmung gemäß kann er sich heute nicht in den Dienst derer stellen, die Geschichte machen. Er steht im Dienste derer, die sie erleiden. Die harten Erfahrungen seiner Kindheit, eine schweigende Mutter und eine gefühlskalte, sadistische Großmutter, die ihn mit dem Ochsenzimmer zu züchtigen pflegte, diese Erfahrungen hatten Auswirkungen auch auf Camus späteres Leben. Der gut aussehende Algerien-Franzose war ein Don Juan, wie er im Buche stand. Ein obsessiver Verführer, der Nähe, wirkliche Nähe, nur schwer ertrug. Kurz vor seinem Tod notierte Camus. Ich habe mein Leben lang, sobald ein Mensch mir Zuneigung entgegenbrachte, alles getan, damit er sich zurückzog. Camus, das ist ja bekannt, ist ein unglaublicher Frauenheld gewesen. Er war zwar zweimal verheiratet und mit seiner zweiten Frau Francine auch lange, mit der er zwei Kinder hatte, aber immer wieder hat er neue Liebhaberinnen gehabt, meistens auch mehrere gleichzeitig. Also selbst am Tag seines Todes war er für den Nachmittag, ich glaube, mit drei verschiedenen Frauen in Paris schon wieder verabredet. Also er fand da keine Ruhe. Er war da sehr, sehr aufgescheucht. Zu einem ähnlichen Befund kommt der Züricher Literaturwissenschaftler Martin Mayer. Der Feuilleton-Chef der Neuen Züricher Zeitung hat im Hansa-Verlag eine umfangreiche Camus-Monografie herausgebracht. Liebe, das ist nun tatsächlich bei Camus eine schwierige Sache. Und zwar deshalb, weil er wirklich ein Omapham war. In seinem Leben gab es sehr viele Geliebte, mitunter auch gleichzeitig. Das war anstrengend für einen, der die längere Zeit seines Lebens immer wieder auch unter Tuberkulose litt. Es bedurfte auch einer, wie Gottfried Ben gesagt hätte, guten Regie. Ben hat dann sogar noch gesagt, gute Regie ist besser als treue. So zynisch hätte es Camus natürlich nicht formuliert. Aber er konnte seine Liebe nicht auf eine Frau richten und auf eine Familie. Er ist ja mehrfach ausgezogen aus dem Haushalt, hat dann seine eigene Wohnung gehabt und ist seine eigenen Wege gegangen. Man kann es eigentlich nur so verstehen, aber dieses Gebiet ist sehr schwer zu ergründen, weil uns die Quellen dazu einfach fehlen, dass er sich in diesen Liebschaften und Affären immer wieder auch selbst bestätigen wollte. Musik 1942 veröffentlicht Albert Camus im besetzten Paris sein erstes philosophisches Hauptwerk, der Mythos des Sisyphos. Die zentrale Frage des Essays, wie kann der Mensch einer sinnlosen Welt, einer Welt ohne Gott, doch noch so etwas wie Sinn abgewinnen? Für ihn war, glaube ich, also der Glaube an Gott allein schon versperrt durch die Tatsache des Leides, des Todes, des Übels und des Bösen, meint der Wiener Philosoph Peter Kampitz. Für die Situation des Menschen in einer gott- und sinnlosen Welt hat Camus den Begriff des Absurden geprägt. Er schreibt im Mythos des Sisyphos, Das Absurde entsteht aus dem Zusammenstoß zwischen dem Ruf des Menschen und dem vernunftlosen Schweigen der Welt. Camus versteht unter dem Absurden etwas anderes als das, was unsere Alltagssprache unter diesem Terminus versteht, wie der Grazer Philosoph Kurt Salamon erläutert. Das Absurde ergibt sich aus zwei Faktoren. Das ist einerseits das Sinnbedürfnis, das der Mensch als ein elementares Bedürfnis hat, eine Sehnsucht nach Einheit, nach Sinngebung seines Lebens und andererseits dann der Schock, den er erlebt, wenn er sieht, dass die Welt kein Sinnangebot hat. Die Welt ist fremd und in der Kollision zwischen diesem Sinnbedürfnis und dem Erlebnis der Fremdheit der Welt entsteht dieses Absurde. Und er hat diesen Begriff des Absurden, der ihm für seine Philosophie kennzeichnend ist, dann natürlich auch in dieser mythischen Figur des Sisyphos zum Ausdruck gebracht, in seinem ersten philosophischen Hauptwerk Der Mythos von Sisyphos. Am Beginn seines Sisyphos-Texts erörtert Camus die Frage nach dem philosophischen Selbstmord. Ist es in einer durch und durch absurden Welt nicht besser, sein Leben durch eigene Hand zu beenden, als ohne Sinn weiterzuleben? Ja, es ist so, dass der Camus natürlich auch ausführlich über den Selbstmord reflektiert. Also es geht darum, dieser Sinnlosigkeit, dem Absurden standzuhalten. Darin liegt die Würde des Menschseins. Dass der Mensch angesichts dieses Absurden, der Widersprüchlichkeit, der Gegensätzlichkeit der Welt, des Scheiterns mit verschiedenen Handlungen, dass er gleichsam in einer heroischen Trotzhaltung heraus trotzdem intensiv lebt. Der Selbstmord ist ein Verkennen, schreibt Camus im Mythos des Sisyphos. Leben heißt, das Absurde zum Leben zu bringen. Man kann es vielleicht so sagen, der Sinn des Lebens besteht in seiner möglichst guten und verantwortungsvollen Verwirklichung. Es ist nicht ein höherer Sinn, es ist nicht ein metaphysischer Sinn. Es gibt keinen Gott, der uns tröstet, wenn es uns nicht gut geht. Wir müssen dieses Leben so packen, wie es uns gegeben ist und es dann entsprechend gestalten. In seinen philosophischen Texten schlägt Albert Camus einen tragisch-pathetischen Ton an. Einen Ton, der das vergebliche Ringen des Menschen um transzendentalen Halt artikuliert. In diesem Punkt ist Camus unverkennbar, dem existenzialistischen Lebensgefühl seiner Zeit verhaftet, meint der Grazer Philosoph Peter Strasser. Ich meine, diese Frage hat ja mittlerweile an existenzieller Dramatik verloren. Es gibt halt Leute, die glauben an Gott und andere, die glauben nicht an Gott. Und wenn wir nicht gerade in fanatisierten Glaubenskulturen leben, dann ist das mehr oder minder eine Privatangelegenheit geworden. Camus behandelt das ja noch als eine Angelegenheit von grundlegend existenzieller Bedeutung, sodass wenn jemand, der nicht an Gott glaubt, ein ganz anderes Lebensgefühl hat wie jemand, der religiös ist. Also das ist ja heute nicht mehr in dieser schroffen Form überhaupt diskutierbar in unseren Breiten. Das führt geradewegs zu der Frage, inwieweit passen die Theoreme des existenzialistischen Meisterdenkers Albert Camus, der selbst nie Existenzialist sein wollte, inwieweit passen Camus' Sinnsuchertheoreme in ein hedonistisches Zeitalter wie das unsere? Das Leben hat keinen Sinn, es gibt keinen Gott, es ist alles absurd. Der Tod ist halt dann das Ende einer sinnlosen Existenz und so weiter. Also da hat inzwischen sich die Stimmung schon wirklich geändert. Da reicht vielleicht ein Wort Wellness. Unsere Kultur ist einfach hedonistischer geworden. Sie gibt sich also einfach damit zufrieden, wenn es uns ganz gut geht, dann sollten wir auch unser Leben so gut leben, als es eben geht. Und da habe ich vor kurzem vom Modepapst Karl Lagerfeld einen Satz gehört, der kommt mir heute als Essenz eigentlich des Camus'ischen Denkens vor. Ich bitte um Entschuldigung. Der Satz lautet, der Sinn des Lebens ist das Leben selbst. Wenn es keinen transzendenten Sinn gibt, weil wir nicht mehr an Gott glauben, dann müssen wir uns ja nicht gleich umbringen. Wir könnten ja versuchen, das Leben, das uns auch Freude machen kann, so freudvoll und gut wie möglich zu leben. Gar so freudvoll ist das Leben für den praktizierenden Existenzialisten dann aber auch wieder nicht, beklagt Peter Strasser. Das hängt mit dem jederzeit möglichen Ende dieses freudvollen Lebens zusammen. Was dann noch bleibt von dieser existenzialistischen Dramatik, ist natürlich, dass am Schluss sozusagen der Sensenmann kommt. Dem können wir nicht entkommen. Irgendwann ist es Schluss. Und das ist für die Existenzialisten ein Grund gewesen, auch für Heidegger übrigens, der diesen Vorlauf zum Tode propagiert hat, dass wir jetzt in unserem Bewusstsein bei allem, was wir tun, schon immer gewissermaßen im Hintergrund, so als Hintergrundgeräusch das Wetzen der Sense haben. Wir spüren immer schon, dass wir uns dem Grabe zuneigen sozusagen. In Albert Camus' Roman »Die Pest« erschienen 1947, in der »Pest« ist das Wetzen der Sense als Hintergrundgeräusch permanent präsent. In parabelhafter Weise reflektiert Camus in diesem Roman die Erfahrungen des nationalsozialistischen Terrors und der Judenvernichtung, der stalinistischen Gewalteexzesse und des Atombombenabwurfs von Hiroshima, gegen den er als einer von wenigen Pariser Intellektuellen protestiert hat. Schauplatz des Romans ist die algerische Stadt Oran. Irgendwann in den 1940er Jahren bricht in den Mauern der 200.000 Einwohner Stadt, so Camus' Fiktion, die »Pest« aus. Eine verheerende Epidemie mit Tausenden und Zehntausenden Toten. Kein höherer Sinn waltet über dem massenhaften Sterben. Die Seuche rafft Schurken und Falotten ebenso dahin wie unschuldige Kinder. Auf fesselnde, anschauliche Weise schildert der Philosoph des Absurden in diesem Roman die Reaktionen verschiedener, modellhaft gezeichneter Figuren auf das Geschehen. Da ist der Schwarzhändler und Schmuggler Kotar, der aus der Not der Menschen Profite schlägt und Geld und Güter anhäuft. Da ist der Mediziner Castell, der sich um die Entwicklung eines Pestserums bemüht. Da ist der jesuitische Bußprediger Panlu, ein Savonarola des 20. Jahrhunderts, der die Seuche als Strafe Gottes sieht und die Bevölkerung mit pathetischen Bußpredigten maltretiert. Und da ist der atheistische Arzt Dr. Rieu, der das Prinzip der universalen Solidarität verkörpert. Rieu stemmt sich der Epidemie aller scheinbaren Vergeblichkeit zum Trotz durch tätige Menschenliebe entgegen. Er stellt Sanitätstrupps zusammen und arbeitet bis zur Erschöpfung im Kampf gegen die Pest. Ihm gehört Camus' Sympathie, wie Martin Mayer erläutert. In der Pest von Camus geht es tatsächlich vor allem auch um das Böse, das in die Welt kommt und wie man sich diesem Bösen stellt. Also ich würde so sagen, eine mögliche Lesart, die Camus ja auch schliesslich bestätigt hat, ist, dass die Pest sozusagen die deutsche Besatzung Frankreich symbolisiert. Aber natürlich geht es weit über das hinaus. Im Grunde ist es ein Ausnahmezustand, ein Belagerungszustand, wo furchtbare Dinge geschehen und wie reagieren die Leute unter dem Druck dieser Katastrophen, an deren Ende nur immer der Tod sein kann. Es sei denn, man findet aus uneinsichtigen Gründen doch einen Ausweg des Lebens. Aber man ist durch diese Situation gefordert, sich zu verhalten. Und hier kommt nun auch Camus' Solidarität ganz stark ins Spiel. Er zeigt nämlich, dass es hier in der Gemeinschaft derer, die leiden und bedroht sind, darum gehen sollte, dass man sich gegenseitig hilft. Also der Weg führt in die Solidarität hinein. Und es hat Camus auch sehr geärgert als Kritiker. Ihm dann vorwarfen, zum Beispiel Roland Barthes, der später ein genialer Semiologe wurde. Er habe den Solidaritätsaspekt in der Pest nicht wahrgenommen. Das war natürlich blanker Unsinn, aber bereits im Hintergrund von Sartre instrumentalisiert. Nein, die Pest ist ein Gesellschaftsroman, aber natürlich auch ein metaphysischer Roman zwischen denjenigen, die im Diesseits stehen und nur an dieses Diesseits glauben und in ihm handeln und manchmal auch daran verzweifeln und jenen anderen, die eben meines gäbe trotz allem, trotz diesen Katastrophen, noch einen höheren Sinn. In einer Schlüsselszene des Romans weist Camus just dieses Interpretationsangebot zurück, das dem Leid auf der Welt ein höherer, metaphysischer Sinn innewohnen könnte. In dieser Schlüsselszene stirbt das Kind des Richters Autant unter schrecklichen Qualen. Der Jesuitenpater Panlu, dessen Gebete um Errettung des Kindes nicht erhört worden sind, Panlu versucht die Überlebenden mit einem Satz von gravitätischer Priesterlichkeit zu trösten. Vielleicht, so meint er, müsse man lieben, was man nicht verstehen könne. Der Arzt Rieu widerspricht. Nein, Pater, ich habe eine andere Vorstellung von der Liebe. Ich werde mich bis zum Tod weigern, diese Schöpfung zu lieben, in der Kinder gemartert werden. Gott wird schon wissen, was er tut. Eine beliebte religiöse Argumentationsfigur angesichts des Leidens und der Katastrophen auf der Welt. Allem Leiden wohnt ein Sinn inne, soll das heißen, auch wenn wir diesen Sinn vielleicht nicht erkennen können. Eine Auffassung, die Camus mit Applant bekämpft hat, wie der Zürcher Literaturwissenschaftler Martin Mayer erklärt. Das bestreitet er ganz vehement. Er hat ja nichts dagegen, dass wir Menschen auf Tröstungen angewiesen sind. So viel Anthropologie muss auch in dieser Richtung sein. Aber dass man daraus sozusagen einen Gottesbeweis macht, queer absurdum, das kann er nicht teilen. Es gibt einen Satz in den Tagebüchern, der in Bezug auf die Pest sehr wichtig ist. Das heißt dort sinngemäß Moralität de la Pest, elle ne sera rien, ni a personne, also die Moralität oder die Moral von der Pest, noch besser gesagt, nützt niemandem und hilft nichts. Es gibt also eigentlich keinen Sinn in dieser Seuche. Und weil sich kein Sinn hinter dem Ausbruch der Pest verbirgt, verschwindet die Seuche am Ende des Romans so unvorhergesehen, wie sie gekommen ist. Die Überlebenden feiern und jubeln. Aber der radikale Anti-Utopist Camus weiß, das Glück, verschont worden zu sein, ist immer nur ein vorläufiges. Die Übel auf dieser Welt, nie werden sie vollständig ausgerottet sein. Am Ende des Romans schreibt Camus in der Übersetzung von Guido Meister Während Rieu den Freudenschreien lauschte, die aus der Stadt empor drangen, erinnerte er sich daran, dass diese Fröhlichkeit ständig bedroht war. Denn er wusste, was dieser frohen Menge unbekannt war und was in den Büchern zu lesen steht. Dass der Pest bei Zillus niemals ausstirbt oder verschwindet, sondern jahrzehntelang in den Möbeln und der Wäsche schlummern kann. Dass er in den Zimmern, den Kellern, den Koffern, den Taschentüchern und den Bündeln alter Papiere geduldig wartet und dass vielleicht der Tag kommen wird, an dem die Pest zum Unglück und zur Belehrung der Menschen ihre Ratten wecken und erneut aussenden wird, damit sie in einer glücklichen Stadt sterben. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Mit Jean-Paul Sartre, dem Pariser Großintellektuellen der Kriegs- und Nachkriegsjahre, mit Jean-Paul Sartre verband Albert Camus eine ambivalente Beziehung. Camus und Sartre, das ist eine der großen Freundfeindschaften der Philosophiegeschichte, wie die zwischen David Hume und Jean-Jacques Rousseau oder zwischen Marx und Proudhon. Peter Kampitz hat sich intensiv mit beiden Denkern auseinandergesetzt. Sartre und Camus haben eigentlich nicht zueinander gepasst. Der eine kam natürlich aus einer unglaublich behüteten, bürgerlichen, bourgeoisen Familie, das war Sartre. Und Camus auf der anderen Seite der arme, könnte man fast sagen, Gassenbub aus einem dunklen Vorrat in Bellevue in Algerien. Sie haben früh einander mit einer gewissen Art von Bewunderung ihre Frühwerke rezensiert. Camus den Ekel von Sartre und Sartre umgekehrt den Fremden von Camus. Es kam dann in Paris sowohl natürlich auch durch den Widerstand gegen die Deutschen oder gegen die deutsche Besetzung, wie auch natürlich im Nachkriegs Paris als Sartre sozusagen der Papst von Saint-Germain-de-Pré gewesen ist zu einer gewissen Annäherung. Es kam zu einer Art von Freundschaft, aber ich glaube, sie waren viel zu verschieden. Sartre, der Analytiker, Sartre, der philosophisch natürlich also hochgebildet gewesen ist und Camus, der sich das alles erst ein bisschen aneignen musste. Zum Bruch zwischen Sartre und Camus kam es Anfang der 1950er Jahre nach dem Erscheinen von Camus' Essay-Band Der Mensch in der Revolte. Was ist ein Mensch in der Revolte? fragt Camus. Ein Mensch, der Nein sagt. Dagegen und gegen das Nein-Sagen überhaupt hat Sartre natürlich gar nichts. Sehr wohl aber gegen die Schlussfolgerungen, die Camus in seinem umstrittenen Essay-Band zur Diskussion stellt. In seinem Buch Albert Camus Die Freiheit leben setzt sich Martin Mayer intensiv mit dem Konflikt zwischen Sartre und Camus auseinander. Man muss zunächst sagen, Camus' Schrift Der Mensch in der Revolte ist ein schwieriges und nicht überall auch konsistentes Buch. Es zerfällt eigentlich in zwei Teile. Der eine ist mehr ein anthropologischer Teil, worin Camus zeigt, das wir, in dem wir auf die Welt gekommen sind, eigentlich bereits revoltieren. Nämlich gegen ein Schicksal, das uns vielleicht eben von außen aufgezwungen ist, von den Göttern oder von Gott. Das ist das eine. Das andere ist eigentlich ein geschichtsphilosophisches Thema. Wenn die Revolte umschlägt in die Revolution, also in eine Bewegung, die sozusagen die Welt im Ganzen verändern will, dann wird sie immer masslos. Hypertroph kennt keine Grenzen mehr und vor allem heisst es dann, der Zweck heiligt die Mittel. Das war in Camus' Wahrnehmung eigentlich schon mit der französischen Revolution gegeben. Es geht dann weiter natürlich in den Totalitarismus von links und von rechts. Also Geschichtsphilosophen, Hegel, vor allem dann auch Marx, die meinen eigentlich die Geschichte der Welt erkannt zu haben in ihrem Plan und sie deshalb auch sozusagen zu totalisieren. Das hat dann für Camus vor allem natürlich der Stalinismus mit grauenhaften Folgen gemacht, übrigens auch natürlich der Nationalsozialismus und der Faschismus. Also alle Ideologien, die aufs Ganze des Lebens, aufs Ganze des Menschen, aufs Ganze der Welt, aufs Ganze der Geschichte gehen, die sind Camus sehr suspekt. Und damit war er aber zu seiner Zeit eher ein Einzelgänger. Man muss sich überlegen, er war eigentlich etwa zur gleichen Zeit ein Kritiker dieses geschichtsphilosophischen Denkens wie Karl-Ramund Popper, der Wiener Philosoph. Aber sonst konnte man solche Positionen damals eigentlich nur sehr selektiv wahrnehmen. Der Mainstream ging andere Richtung. Menschen töten führt zu nichts anderem, als ihrer immer mehr zu töten. Hält Camus in der Übersetzung von Justus Streller im Menschen in der Revolte fest. Die Schrift ist eine wortgewaltige Absage an den revolutionären Vorrohr, von dem in der Nachkriegszeit zahlreiche französische Linksintellektuelle erfasst sind. Viele von ihnen, darunter Sartre, sympathisieren mit dem Sowjetkommunismus austalinscher Prägung. Das kann Camus nicht akzeptieren. Camus misstraut Revolutionen grundsätzlich, nicht erst seit er Mitte der 30er Jahre als junger Mann aus der kommunistischen Partei Algeriens ausgeschlossen worden war. Jede Revolution, die im Namen monumentaler geschichtsphilosophischer Entwürfe geführt wird, jede dieser Revolutionen endet in Terror und Unfreiheit, schreibt Camus. Die Forderung nach Freiheit, steht am Anfang aller Revolutionen. Ohne Freiheit scheint die Gerechtigkeit den Rebellen unvorstellbar. Es wird indessen eine Zeit kommen, in der die Gerechtigkeit die Aufhebung der Freiheit fordern wird. Der Schrecken, klein oder groß, krönt dann jede Revolution. Karl Marx und anderen Theoretikern des Marxismus gesteht Camus durchaus politische und philosophische Verdienste zu, die er ausdrücklich würdigt. Vieles aber kritisiert Camus an der Marx'schen Lehre. Der marxistische Atheismus ist absolut, aber er setzt doch das höchste Wesen auf der Ebene des Menschen wieder ein. Die Kritik der Religion mündet bei Marx in die Lehre ein, wonach der Mensch dem Menschen das höchste Wesen sei. Unter diesem Gesichtspunkt ist der Sozialismus somit ein Unternehmen zur Vergöttlichung des Menschen und hat einige Merkmale der traditionellen Religionen angenommen. Und das ist natürlich für Camus eine Katastrophe, wenn ein Mensch in der Weise vergöttlicht wird, dass er entsprechende Machtpositionen hat, wie er das ja in seinem Drama Caligula deutlich gemacht hat, dass der dann eben dazu tendiert, terroristisch gegenüber anderen Menschen zu werden, dass er vor Morden nicht zurückschreckt und so weiter. Also eine Verabsolutierung des Menschen, eine Vergöttlichung des Menschen, gegen die der Camus immer wieder argumentiert. Der Grazer Philosoph Kurt Salamun hält vieles von dem für stichhaltig, was Albert Camus im Menschen in der Revolte gegen Marx vorbringt. Er wirft dem Marx auch vor, dass er utopische Ideen einer Zukunftsgesellschaft, einer kommunistischen, als wissenschaftlich bewiesen ausgibt. Und das stimmt nicht. Das ist eine spekulative, utopische Prophezeiung, aber keine ernstzunehmende wissenschaftliche Prognose. Das sind ja Argumente, die auch andere Marxismuskritiker zu Recht gegen Marx vorgebracht haben. Camus sagt Nein zur revolutionärer Gewalt, die im Namen großer geschichtsphilosophischer Entwürfe ausgeübt wird. Aber er sagt Ja zur kleinen Revolution, zur Revolte. Revolten, das sind in seinen Augen partisanenhafte Aktionen, die keine Großutopie, sondern eine neue, bisher vielleicht noch unbekannte Idee vertreten. Das Echo auf das Erscheinen der Camuschen Schrift war vernichtend. Die Pariser Linke, allen voran Jean-Paul Sartre, war empört, wie Iris Radisch in ihrer Camus-Biografie anschaulich beschreibt. Niemand auf der Rive-Gouche hatte es bisher gewagt, den Marxismus und die Revolution derart grundsätzlich anzugreifen, wie Camus es tat. Zum ersten Mal in der Geschichte der linken Pariser Intelligenz stellte ein Mitglied der Familie die eigenen Geschäftsgrundlagen in Frage, ohne ins Lager der Rechten zu wechseln. Das ist ja ganz kurios. Er ist ja einerseits wirklich der große Star gewesen. Auch damals schon. Also vor allen Dingen damals schon. Er war ein Bestsellerautor. Spätestens mit der Pest, aber auch der Fremde war ein unglaublicher Erfolg. Er war ein begehrter Regisseur. Seine Theaterstücke wurden aufgeführt, auch unter deutscher Besatzung bereits aufgeführt. Er war Lektor des größten, des berühmtesten Verlages. Er war Liebhaber der schönsten Schauspielerin. Er war wirklich integriert, einerseits befreundet mit Sartre und Beauvoir. Andererseits ist er nie richtig angekommen. Er selbst hasste Paris, hasste sein Pariser Leben. Er sprach von Paris gerne als von der einzig benutzbaren Wüste. Also er konnte dort schreiben, arbeiten, aber es war nicht seine Heimat. Er wurde von Sartre von Anfang an und nicht erst als der große Streit um das Buch der Mensch in der Revolte ausbrach, sondern von Anfang an von oben herab behandelt. Sartre hat immer von einem Gossenjungen gesprochen, dieser Gassenjunge aus Algier. Was will der eigentlich hier? Er war nicht auf der Ecole Normale Superieure, wo sie alle waren. Alle waren. Das ist sozusagen die Eliteschmiede. Und er hat sich diese Bildung, in der Sartre ja von Anfang an wie im warmen Badewasser immer schon leben konnte, sein konnte, ist aufgewachsen, umgeben von einer riesigen Bibliothek sozusagen, ernährt mit der französischen Kultur. Camus musste sich das hart erarbeiten. Seine Mutter Analphabetin, seine Großmutter Analphabetin, sein Vater im Krieg gefallen. Nur durch so eine Art Strebertum, durch so ein Klassenbestensyndrom konnte er sich da rausarbeiten, hat er es geschafft bis zum Nobelpreis. Also wirklich buchstäblich vom Plumpsklo in Algier könnte man sagen, bis zum schwedischen König. Ein Weißgott, sehr langer Weg. Und das ist ihm immer übel genommen worden. Und in allen Kritiken, die Sartre über seine Bücher geschrieben hat, war immer dieser Subtext, er versteht eigentlich nichts von Philosophie. Camus reagierte auf die Anwürfe seiner früheren Freunde aus der Resistanz mit Verbitterung. Aber er war nicht bereit, auch nur ein Wort aus Der Mensch in der Revolte zurückzunehmen. Wenn der Schriftsteller liest und hört, was alles so geschrieben oder gesagt wird, weiß er nicht mehr, wohin er sich wenden soll. Ein Teil der Rechten wirft ihm vor, zu viele Manifeste zu unterschreiben. Die Linke, zumindest die neue Linke, und ich bin von der Alten, die neue Linke wirft ihm vor, zu wenige Manifeste zu unterschreiben. Die Rechte wirft ihm vor, ein nebulöser Humanist zu sein. Die Linke wirft ihm vor, ein Aristokrat zu sein. Die Rechte beschuldigt ihn, ein schlechter Schriftsteller zu sein, und die Linke, ein zu guter Schriftsteller zu sein. Bleiben Sie ein Künstler oder Schriftsteller, sprechen Sie oder schweigen Sie, in jedem Fall werden Sie verurteilt werden. Was soll man daher anderes machen, als auf seinen Stern zu vertrauen und mit Sturheit den blinden, zögerlichen Marsch fortzusetzen, den jeder Künstler auf sich nehmen muss. Als Albert Camus 1957 den Nobelpreis für Literatur bekam, quittierten das viele Pariser Linke mit Kopfschütteln, ja, mit Häme. Der Philosoph Michel Enfray, er hat im Knaus-Verlag eine lesenswerte Camus-Biografie vorgelegt. Michel Enfray erklärt sich die Abneigung Sartres und der Sartre-Jana gegen Albert Camus so. Das ist der Hass der Franzosen auf den Erfolg. Camus hatte Erfolg. Er war jung, er war intelligent, er war brillant und gut aussehend. Er hat viele richtige Dinge gesagt, die vielen Leuten nicht gefallen haben. Es ist ja so, seit der französischen Revolution und den Tagen der Jakobiner wird das Gesetz hier in Frankreich jeweils von nur 20 Leuten gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es Sartre, der das Gesetz gemacht hat. Sartre und die Sartreaner rund um Simone de Beauvoir und die Zeitschrift Le Temps Moderne. Die haben Camus rauf und runter kritisiert. Er sei ein lausiger Philosoph, ein algerischer Gassenjunge, ein schlechter Romancier und so weiter. Camus ist in Paris immer ein Aussenseiter geblieben. Heute steht es außer Frage, wer die geschichtsphilosophische Auseinandersetzung gewonnen hat, Sartre oder Camus. Ja, wenn man von gewonnen sprechen kann, glaube ich, dass man sagen muss, dass Camus gewonnen hat. Das hat die weitere Entwicklung gezeigt. Denn die Dummheiten, die Sartre in dieser marxistischen Periode, vor allem nach seinem Besuch in der Sowjetunion geäußert hat, sind ja unglaublich. Nicht also zu behaupten, dass die Menschen in der Sowjetunion fast freier leben als sie zur gleichen Zeit in Frankreich, das war eine Behauptung, die ja wirklich schon an Irrsinn grenzt. Wie lässt sich die politische Position Albert Camus nun grundsätzlich beschreiben? Vor allem sollte ich Ihnen meine Vorlieben nicht verheimlichen, erklärte der Philosoph und Schriftsteller 1951 auf einer Konferenz in England. Obwohl ich nicht wirklich Sozialist bin, gehören meine Sympathien der libertären Form der Gewerkschaftsbewegung. In anderen Stellungnahmen dieser Zeit lobte Camus die skandinavische Sozialdemokratie und die britische Labour Party dafür, dass sie dem dogmatischen Wahnsinn des Kommunismus widerstanden hätten. In einem Brief an seinen Freund Roger Quillot notiert Camus folgendes. Es trifft allerdings zu, dass ich keine Freude mehr verspüren würde, in einer Welt leben zu müssen, die das zum Verschwinden gebracht hätte, was ich die sozialistische Hoffnung nenne. Albert Camus, so lässt es sich vielleicht auf den Punkt bringen, Albert Camus war ein sozialistischer Anarchist, ein Verteidiger des Konkreten und ein scharfer Kritiker jeglicher Abstraktion, die den lebenden Menschen irgendwelchen Dogmen unterwirft. Martin Mayer, Föton-Chef der Neuen Züricher Zeitung. Der Vorzug des Konkreten gegenüber der Abstraktion ist auf jeden Fall die Lebensnähe. Und wenn man sieht, was das meint, und das war für Camus immer sehr wichtig, dann soll diese Lebensnähe nicht durch die Abstraktion, nicht durch die Theorien, nicht durch die Dogmen so beschädigt werden, dass der Mensch eben in die Unfreiheit kommt. Und Camus hatte einen ganz großen Sinn auch eben für das Leben der Arbeiter. Aus diesem Milieu ist er ja bekanntlich gekommen. Er hatte viel genauere Anschauungen als der Bürgerssohn Jean-Paul Sartre und deshalb konnte er da wirklich auch dazu etwas Substantielles sagen, anders als viele Intellektuelle, denen eigentlich das Arbeitertum und so weiter nur ein theoretisches Anliegen blieb. und so weiter und so weiter ist es ein und so weiter Untertitelung des ZDF, 2020 Albert Camus, ein Kind der Mittelmeermetropole Algier, liebte den Süden. In Paris hat sich der Theoretiker des Absurden nie wirklich wohlgefühlt. Seine Sehnsucht galt dem Meer, der mediterranen Sonne, den Blumen und Pflanzen des Midi. Und so erfüllte sich der Philosoph und Schriftsteller, nachdem ihm der Nobelpreis eine schöne Summe Geldes in die Haushaltskasse gespült hatte, einen lang gehegten Traum. Er erwarb ein Landhaus im Städtchen Lourmarin, auf halber Strecke zwischen Avignon und Aix-en-Provence gelegen. Hier, im Herzen der Provence, hat Camus seinen langersehnten Rückzugsort gefunden. Lourmarin ist dem Dichter sein Miniatur-Griechenland, für ihn die schönste Gegend der Welt. Diese Provence, dieser Lourmarin, das war eigentlich ein Geist aus Landschaft und Himmel und Luft, der ihm das Mittelmeer Nordafrikas zurückgebracht hat. Das war für ihn ganz wichtig. Es wurde sozusagen eine zweite Heimat, die er leider eben nicht so lange genießen konnte, wie er es natürlich geplant hatte. Camus, seine Liebe zum Süden, zum mittelmeerischen Lebensgefühl, hat Camus auch philosophisch formuliert, wenngleich nur skizzenhaft. Camus plädierte für ein Pensée de Midi, wie er es nannte. Midi bedeutet im Französischen zweierlei. Einerseits die Mitte, andererseits ist Midi ein gebräuchlicher Ausdruck für den französischen Süden. Pensée de Midi lässt sich also übersetzen mit Denken des Südens, kann aber auch Denken der Mitte, Denken des rechten Maßes bedeuten, wie der Wiener Philosoph Peter Kampitz erläutert. Er hat dieses Naturerlebnis nahezu hymnisch gefeiert. Also immer wieder diese Erfahrung des Lichtes, die Erfahrung des Meers, die Erfahrung der Einheit mit der Natur, die für ihn natürlich auch einen sehr starken erotischen, und er war ein sehr erotischer Mensch, Einschlag gehabt hat. Und dieses Entgegensetzen der Natur gegen die Geschichte, das war für ihn dieses Pensée de Midi, das zugleich eben auch ein Denken des Maßes bedeutet hat. Also dass die Maßlosigkeit, in der der Mensch der Raserei der Geschichte einerseits folgt, wo er sich andererseits auch sozusagen Totaliter der Natur überlässt, die wollte er in die Mitte bringen. Und das ist auch ein uralter Gedanke der griechischen Philosophie, und den Griechen hat er ja sehr viel verdankt, nämlich des Aristoteles, wenn man an die nekomachische Ethik, die Mesotes, also die Lehre von der rechten Mitte denkt. Iris Radisch, Feuilleton-Chefin der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit, behauptet in ihrer Camus-Biografie, neben dem Totalitarismus-Kritiker sei der leidenschaftliche Wachstumskritiker Albert Camus erst zu entdecken. Das unterschlägt man immer. Man feiert ihn jetzt natürlich als den großen Antikommunisten, der das immer schon gesehen hat, der ganz früh sich ja eben auch, das war ja auch das Tolle, hat den Ungarn-Aufstand unterstützt, hat den 17. Juni in Ost-Berlin unterstützt und, und, und. Also der Ostblock war ihm auch wirklich dankbar und völlig zu Recht. So hat man ihn jetzt vor Augen. Aber was fehlt ist, dass es viel weiter ging, dass seine Kritik des Totalitarismus sich auch gegen den Westen gewendet hat, nämlich gegen eine totalitäre Vorstellung von Wachstum und von Materialismus. Er hat immer gesagt, die radikale Industrialisierung kann nicht das ganze Glück sein. Es kann nicht angehen, dass es nur darum geht, möglichst viele Waren zu produzieren, den Menschen in seinen materiellen Bedürfnissen über jedes Maß hinaus zu befriedigen. Da hatte er eine emphatischere Vorstellung von Glück, eben auch wieder eine einfachere Vorstellung und hat immer gesagt, wir müssen auf das menschliche Maß achten. Das ist eigentlich seine große Hinterlassenschaft an uns. Leben, gelungenes Leben, findet bei Camus immer in der Gegenwart statt. In seiner Schrift »Der Mensch in der Revolte« hält er fest. Wer seine Freundin oder seinen Freund liebt, liebt ihn in der Gegenwart. Die Revolution will jedoch einen Menschen lieben, der noch nicht da ist. Camus hat immer auf das Leben gesetzt, auf den Augenblick. Leben ist jetzt. Der Tod war für ihn absolut. Das hat ihn radikalisiert. Leben muss stattfinden. Wir dürfen niemals etwas aufschieben, also gegen diese ganze Aufschubsideologie, die ja die westliche Zivilisation doch auch prägt. Wir rackern uns heute ab. Wir quälen uns eigentlich, weil wir uns irgendein Glück in der Ferne versprechen, sei es in Form von Wohlstand, sei es in Form von anderen Versprechungen. Deswegen lassen wir den Augenblick, lassen wir den Tag verstreichen. Niemals hätte Camus so etwas gerechtfertigt. Dagegen hat er vor allen Dingen revoltiert. Das ist der Mensch in der Revolte gegen jede Ideologie und vor allen Dingen gegen nebulöse Versprechungen, von denen man nicht weiß, wer sie jemals einlösen soll. Weil er war ja nicht gläubig. Er glaubte an gar nichts. Er war wirklich jemand, der dem Leben verschrieben war. Das war der große zentrale Begriff, der durch all seine Werke geht, das Leben in seiner Paradoxie und in seiner ganzen Fülle. In seinem Haus in der Provence begann Albert Camus in den späten 50er Jahren an seinem unvollendeten Roman »Der erste Mensch« zu schreiben. Als dieser Roman 1994, dreieinhalb Jahrzehnte nach Camus' Tod, erstmals erscheint, ist der Jubel der Kritiker einhellig. Auf farbige und unerhört fesselnde Weise erzählt Camus in diesem Buch die Kindheits- und Jugendgeschichte des Algerien-Franzosen Jacques Corméry, in vielem ein alter Ego seiner selbst. Viele halten den ersten Menschen für Camus' besten Prosa-Text überhaupt. Zu den Bewunderern des Romanfragments zählt auch Martin Meyer, Kulturchef der Neuen Zürcher Zeitung. »Der erste Mensch« von Camus ist ein ganz wunderbares Buch. Es ist lockerer erzählt als die meisten anderen Texte. Im Grunde genommen ist es ja, wie bei anderen großen Schriftstellern, ich denke natürlich vor allem an Marcel Brust so, dass die Erinnerung erst eigentlich dann die Literatur schafft. Aber die Literatur ist weit mehr als die Erinnerung, sie ist eine Komposition. Das Interessante bei diesem Buch oder auch leider das Unglückliche ist, dass es ja unvollendet geblieben ist. Es dringt nur vor bis etwa ins Alter von 13, 14 Jahren und Camus hatte beabsichtigt, eigentlich seine ganze Biografie diesem Roman, man muss betonen, Roman zugrunde zu legen und das ist dann leider unvollendet geblieben. Aber diese Kindheitsmuster, um einen Titel des Romans von Christa Wolf zu zitieren, die sind natürlich auch von einer allgemeingültigen Weisheit und Anschaulichkeit und sie sind vor allem auch fantastisch gut geschrieben. Auch der Grazer Philosoph Kurt Salamun hält Camus für einen großartigen Schriftsteller und Stilisten. Ich glaube, dass die Schönheit der Sprache ein Vorzug ist. Dann die Naturschilderungen, also wunderschöne Naturbeschreibungen, vor allem in diesen frühen Schriften. Eine davon ist Hochzeit des Lichts oder Heimkehr nach die Pasa, das ist eine Ruinenstadt in der Nähe von Algier, wo einfach wunderschön die Vegetation dort beschreibt. Das Gehmer, einfach Licht, Schatten und die Wüste auch beschreibt, also wunderschöne Naturschilderungen. Ich kann ohne meine Kunst nicht leben, aber ich habe diese Kunst nie höher gestellt als alles Übrige. Ich bedarf ihrer vielmehr, weil sie mir erlaubt, auf der allen Menschen gemeinsamen Ebene zu leben. Die Kunst ist in meinen Augen kein einsiedlerisches Vergnügen. Sie ist ein Mittel, die größtmögliche Zahl von Menschen anzurühren, indem sie ihnen ein beispielhaftes Bild der gemeinsamen Leiden und Freuden vorhält. Am 4. Jänner 1960 stirbt Albert Camus einen lupenrein Absurden, einen ganz und gar sinnlosen Tod. Eigentlich hatte er mit dem Zug von Lourmarin nach Paris zurückfahren wollen. Dann aber ließ er sich vom Neffen seines Verlegers, Michel Gallimard, überreden, im nagelneuen, 360 PS starken Sportwagen des Freundes zurück in die französische Hauptstadt zu reisen. Nach 660 Kilometern Fahrt, in der Nähe von Fontainebleau, passiert es. Ein Reifen platzt, Gallimards Wagen kommt auf der regennassen Fahrbahn ins Schlingen und kracht mit 150 Stundenkilometern gegen eine Platane. Der Sportwagen wird in die Luft geschleudert und zerschellt an einem zweiten Alleebaum. Albert Camus ist sofort tot. Er ist zu diesem Zeitpunkt 46 Jahre alt. Die Bestürzung ist groß, nicht nur in Frankreich. Alle wichtigen Zeitungen zwischen London, Sydney und New York bringen voluminöse Nachrufe. Jean-Paul Sartre widmet dem verachteten Freund eine respektvolle Würdigung und der Dramatiker Eugène Ionescu hält fest. Ich habe Camus kaum gekannt. Einmal oder zweimal habe ich ihn gesprochen. Trotzdem hat sein Tod eine unendliche Leere in mir gelassen. Wir hatten ihn, den Aufrechten, so nötig. Und heute? Was hat uns Camus noch zu sagen? Was bleibt von seinem Werk? Peter Kampitz versucht eine Antwort. Ich glaube, es gibt einige anthropologische oder menschliche Konstanten. Die hat Camus auch immer wieder verfolgt und immer wieder ausgedrückt. Das ist das Verlangen nach Glück, das Verlangen nach Sinn, die Angst vor dem Tod, das Bewusstsein der Freiheit, die Notwendigkeit, diese Freiheit auch da oder dort sehr mühsam zu erkämpfen. Und ich glaube, damit ist er eigentlich nie veraltet. Die Camus-Rezeption im deutschen Sprachraum ist alles andere als geradlinig verlaufen, erklärt Martin Mayer. Politische und intellektuelle Moden haben da immer eine wichtige Rolle gespielt. Wissen Sie, es ist bei allen Autoren so, sie haben eigentlich vor allem auch die grossen Wellenbewegungen. Sie versinken dann oder treten zurück ins Halbdunkel und plötzlich gibt es wieder eine Renaissance. Das ist in der Kunst ja bis vor kurzem immer so gewesen. Nur wir leben in einer Epoche der Unaufhörlichkeit, wie es der von mir geschätzte Gottfried Penn gesagt hat. Früher war das nicht so. Man muss sich in der Kunst einmal vorstellen, dass der geniale Maler Vermeer, der nur etwa 60 Gemälde malte im 19. Jahrhundert, eigentlich völlig verkannt war. Damals hätte man seine Bilder kaufen sollen. Oder dass zum Beispiel Maurice Ravel, der Komponist, noch in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts meinte, Beethoven sei eigentlich nur wegen seiner Taubheit zu bemitleiden. Anders gesagt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass eine Camus Renaissance wieder möglich ist. Aber auch unabhängig davon, es lohnt sich einfach immer ihn zu lesen. Ich gebe mich nicht mit einem Phantom der Freiheit zufrieden, mit einer Freiheit, die nur durch die Unterdrückung anderer überlebt. Ohne echte Freiheit und ohne einen gewissen Anstand kann ich nicht leben. Wenn man das erkannt hat, wenn man erkannt hat, dass es richtig so ist, dann glaube ich, dass die Freiheit allen zugesichert werden muss. Das Pathos der Freiheit Zum 100. Geburtstag von Albert Camus Von Günter Keindelsdorfer Gesprochen haben Stefan Rehm, Sibylle Norden, Michael Köppel und der Autor Redaktion Elisabeth Nesslinger Bibliothek Die Bücher von Albert Camus liegen im Rowold Verlag vor. Zum 100. Geburtstag des Schriftstellers und Philosophen sind darüber hinaus gleich mehrere Biografien bzw. Monografien über Camus erschienen. Martin Meier Albert Camus Die Freiheit Leben Hansa Verlag München Iris Radisch Camus Das Ideal der Einfachheit Eine Biografie Rowold Verlag Rheinbeck und Michel Enfray Im Namen der Freiheit Leben und Philosophie des Albert Camus aus dem Französischen von Stephanie Sink Knaus Verlag München Im Namen der Freiheit Der Freiheit Wallisten Dann Vielen Dank.